so mein ja okay 1 2 3 1 2 3 so wer schwingt ach so na warte mal das kann ja nicht funktionieren aber ich glaube schon da warte mal auf die mauer 1 2 3 ok 1 2 3 gut von leichten weg kopf ok 1 2 3 jetzt musst du das sagen ja genau das habe ich mal jetzt ein bisschen runter so und jetzt haben da das gleiche spiel das gleiche müssen wir mit anlauf machen na ja wir müssen also da auf ihm jetzt mal stimmt ja 1 2 3 ist los lassen ja ja ok 1 2 2 3 passt so was wird das da jetzt ich glaube abhupfen 1 2 3 1 2 3 passt und jetzt aber aber pinguin ok haa hey bros yeah what are you doing here excuse my partner trenden He's very shy since we climbed well try to climb. He has been quite and somewhat malnutriest. Okay, bravo es zu messen So Ah ja, gute Idee. So eins, zwei, drei. Oh My god Der wird nicht Achso. Oh Das war super, wenn du es nicht speichern kannst. Das wäre herrlich, wenn du es nicht speichern hättest. Das wäre frustrierend, wenn es jetzt keine Checkpoints gäbe. Na Na Gut, dann schwinge ich ja mal. Watt So Ja, aber die Idee hat schon gepasst Ah, jetzt ist der Schwung vom Teufel. Ja, gut. Was ist da oben das für ein Haken? Ah, da unten ist ein Bild, wenn wir das haben. Ja. Ja, ich glaube, das machen wir ein bisschen anders. Das war glaube ich nicht how it's intended to... Ah, das Bild haben wir gekriegt. Schau, ist das gut. Ja. So, wieder mit Anlauf. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. So, mit Anlauf, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Hm. Das ist jetzt spannend. Ja, da können wir gleich schwingen. Okay, ein bisschen mehr. Ja, aber gar nicht so schlecht. Ach so, falscher Knopf. So, da müssen wir erst die Tastenbelegung irgendwie verinnerlichen. Na. Na, das war jetzt schlecht, aber... Oh mein Gott, kann passieren. Kann passieren. So. So. So, noch ein. Na. Ist wieder falsch getimt. Ja, da war jetzt der Schwung nicht. Ja. Na. Noch mehr Schwung. Na, ich muss gleich im richtigen Augenblick drucken, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen da mehr Schwung. So weit, glaube ich, sind wir noch nie geschwungen. Oder gesprungen. Na ja, das war jetzt schlecht. Na. Was? Wir sind jetzt schon zu einem Trotteln. So, noch mal raus. Was denn? Na, na, wir müssen da schwingen. Du kannst dich nicht festhalten. Da gibt's nix. Na. Na. Da gibt's kein Paar da. Ich sag jetzt schon, das ist frustrierend. Na, schwing du einmal. Passt. Warte einmal, wie ist... Ist das zu weit wahrscheinlich, oder? Na. Na. Hört. Okay, noch einmal. Warte einmal. Ah. Warte einmal. Ha. Na. Nicht. Das ist wirklich eine gute Idee, ja. Das ist eine gute Idee. Okay, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das probieren wir jetzt mal. Schwingst du, schwing ich? Schwing du. Ach so, was? Ach so, was? Warte einmal finden, wo ist der maximale Schwung? Wo, bei welchen Dingen hab ich... Warte einmal, vielleicht, äh... Was ist denn, wenn ich oben rumschwing und du nachher springst? Ne? Die Mache. Ah, okay. Ich hab... So wahrscheinlich die andere Richtung quasi. Oder? Machst du das besser? Nein. 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 Es ist das. Ja. Der Schwung hätte jetzt fast gepasst. Ja. Ein bisschen höher muss es sein. Ein bisschen höher muss es sein. Eins. Zwei. Nein. Nein. So. Jetzt ist... Nein. Nein. Wenn ich einen Überschlag mache, kannst du es vergessen. Dann kannst du es knicken. Okay. 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 Der Schwung. Fast. Ah, nicht so schlecht. Wir seien dabei. Oh. Schwing du noch einmal. Schwingst du? Du hast das ganz gut gemacht. Achso. Hm. Also einhalten ist es nicht. Müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt doch schon in der Lösung nachschauen, oder was? Okay. Ich war... Ich habe... Eine Lösung, echt? Nein, nein. Das ein bisschen müssen wir da schon noch probieren. Nein. Ich erwarte, dass du bereit bist. Deshalb schwinge ich immer gleich. Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh shit. Forst. Oh shit. Ah, nicht schlecht. mit schlecht ach so wart einmal gern mal ganz vor an die ecke bitte ja dann bleibst du hinten sitzen ja warte mal ich habe eine idee warte mal ich muss ganz knapp damit du schwingen kannst frei so frustrierende spiele machen die frustriert das ist ja noch nicht einmal frustrierend doch wenn ich länger als zehn mal beim gleichen ding was probieren noch nicht so nah frustrierend wäre wenn das immer alles noch mal spielen ja das ist gut dass wir jetzt die checkpoints gekriegt gut das war vielleicht kannst du beschleunigen so richtig mit ein ding wie denn denn jetzt ganz viel salters muss okay was schauen wir mal die immer schneller immer schneller immer schneller oder probieren mal das ändert einmal gar nichts so ich glaube wir von der höhe durchschwingen war es eigentlich ideal ja 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 fast wurde rüben die da anderer weg naja stimmt glaube ich jetzt vielleicht ist es schon eine lösung ja ja schauen wir mal eine red and red ich kann kein webbrowser ausmachen schaust du ja 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 schauen wir mal bread and shred was haben wir denn da na da muss ich jetzt wirklich was warte mal red and red oder ich da muss mal video anschauen natürlich die will ja wissen wie es geht warte mal na das geht ganz leicht was dann schwingen schwingen überschlag überschlag und mit überschlag schwung holen war noch das spiel in vier minuten 50 durchgespielt ok es muss es muss anscheinend wirklich der überschlag sein ja oh mein gott ja ok ich glaube der erste überschlag jetzt sein müssen los jetzt schwingt audio geht bis weiter zum rand haben wir zumindest ein paar zentimeter mehr ok ok jetzt machen überschlag bitte die andere seite hätte ich hätte genau die andere seite ja ok das war super schlecht von mir das war richtig schlecht das muss ich so geben ok ich glaube wieder hängen bleiben jetzt soll sich hoffentlich ausgehen ok ich weiß genau ab wie im momik ja das war dies genau ab wie im genaue ils sind ja ja das war jetzt genau ab wie im genaue Mach das noch einmal. Du hast es. Ja, ich sage halt, ich habe es jetzt. Gut, ich habe es verpasst. Noch einmal, bitte. Nein, ich glaube, so geht es nicht. Es ist zu langsam. Ja, 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 ja. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich hätte es nur drucken müssen, dass ich sitzen bleibe. Okay, du hast es verstanden. Also schwinge ich, oder? Ja, ja, schwinge ich einfach. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ah! Was? Okay. Oh mein Gott. So. Geh mal im Low schauen, oder? Was hast du gegeben? Nichts. Okay, gehen wir wieder auf. Okay. Auf, 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 auf. Okay. Bist du noch da? Ja, ja. Zeig mir einfach. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay. Okay, das soll gleich gehen. Eins, zwei. Ah, das war schon ein bisschen zu schnell jetzt. So. Eins, zwei, drei. Okay, das war easy. Eins, zwei, drei. Warte mal. Was ist da jetzt? Umbeschwingen, festhalten. Oh mein Gott. Da ist irgendein Basketballkorb, oder? Willst du da befallen? Ah ja, vielleicht ist das ein Bonus. Willst du da reinfallen, oder? Können wir mal riskieren, ja. Aber warte, da muss ich einer, ähm. Verstolten. Halt's auch. Macht genau nichts. Ah, wir haben's durchgezogen. Sehr gut. Wir haben im Basketball versenkt. Ich, ich, ich bin beeindruckt von deiner Abenteuerlustigkeit. So. Eins. Super. Ja, da brauchen wir mehr Schwung. Da, glaube ich, brauchen wir ein bisschen mehr Schwung. Na, das war der falsche Schwung. Der falsche Schwung, ja. Na. Na, das geht sich, glaube ich, nicht aus. Das muss sich ausgehen. Weil da gibt's keinen anderen Weg. Ganz wieses Timing. Okay, schwing du mal. Ja, das kennt sich schon ausgehen mit dem richtigen Schwung. Ich mein, es wird nicht ganz leicht. Ich mein, es wird nicht ganz leicht. Ich mein, es wird nicht ganz leicht. Jetzt haben wir einen super Schwung gehabt. Ja. Warte mal. Schauen wir mal, was die da hat. Schon wieder, schon wieder cheaten. Ja, die machen das auch mit den, ähm... Na, na, die machen das auch so. Okay. Machen wir das nochmal. Du schwingst nochmal. Ja, es geht. Na. Ah, warte mal. Sicher. Ja, ja. Ja, aber du musst doch nicht in die andere Richtung schwingen. Na, ich glaube so drüberhauen und da muss halt jemand schnell sein. Beim Greifen. Ah. Schwing du einmal. Schwing du einmal. Ja, wir waren ein bisschen zu weit weg vom, 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 am Brettende. So. Nochmal. Also, ich hab geschwungen, gell? Ja, passt schon. Na, ich hab so schlechtes Timing. Du tust schwingen. Okay. Glaube. Also, bitte, na, Han. So. Du, du, du hast gesagt, du hast ein schlechtes Timing. Achso, ja, stimmt. Dann geh ein bisschen weiter nach links. Nicht ganz so weit. Okay. Nein, das war die falsche Bewegung. Das war die falsche. Das war die falsche Bewegung.